Am Donnerstag startete die Firma Feneberg aus dem Allgäu ihre Kooperation mit dem Versandhändler Amazon. Amazon Prime Kunden können damit auf rund 4000 Produkte von 600 Bauern in einem 100 Kilometer großen Radius aus dem Allgäu zugreifen. Also jetzt ganz neu, heute der erste Tag der Partnerschaft zwischen Feneberg und Prime Now. Wir bieten Feneberg genützt jetzt den Service, den den Kunden zur Verfügung stellt. Ein ultraschneller Lieferservice, Lieferung innerhalb einer Stunde für 6,99 oder in einem freiwilligen Zwei-Stunden-Fenster für Prime Kunden. Das Zwei-Stunden-Fenster kostet nur frei. Von einem zentralen Lager in der Landsberger Straße aus mit jeder Menge Kühlräumen in verschiedenen Temperaturen, je nach Lebensmittel, kann von Obst und Gemüse, Fleisch und Wurstwaren bis hin zur Tiefkühlkost alles bequem direkt nach Hause geliefert werden. Damit die Tiefkühlkost auch Tiefkühlkost bleibt, wird sie in spezielle Mehrwegtaschen transportiert und mit Trockeneis gekühlt. Die Auslieferung erfolgt mit einer CO2-neutralen Flotte. Die E-Bikes bedienen einen etwa 5 Kilometer großen Radius. Weiter weg liegende Ziele werden mit dem E-Scooter beliefert. Noch weiter kommt man mit dem E-Van, der natürlich auch deutlich mehr transportieren kann. Die erste Lieferung am Donnerstag zur Eröffnung bestand übrigens aus einer Tiefkühlpizza und einer Packung Babywindeln.